Grüezi, servus und hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hatte euch vor kurzem in einem Video darauf hingewiesen, dass Quick Detailer mit versiegelnden Eigenschaften aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich für die meisten von euch die beste Art von Versiegelung sein werden. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an, ich verlinke es euch hier oben, denn wir werden in diesem Video jetzt sehr oft und sehr viel Bezug darauf nehmen. Die Kurzfassung, warum ich das damals gesagt hatte, war und ist, dass Quick Detailer mit versiegelnden Eigenschaften wahrscheinlich das sind, wonach viele von euch suchen aufgrund eures persönlichen Pflegeverhaltens. Für die meisten von euch ist die Autopflege ein Hobby, das ist etwas, was Spaß macht und was man oft machen möchte. Und viele von euch, wenn nicht sogar die meisten von euch, werden ja auch regelmäßig ihr Auto waschen. Und da kommt eben oft die Frage auf, wenn ich mein Auto versiegelt habe, was kann ich denn zwischendurch nutzen, um mein Auto zu pflegen? Egal, ob es jetzt eine Versiegelung drauf hat oder nicht. Und da hatte ich in diesem Video, worauf wir vorher Bezug genommen haben, gesagt, Quick Detailer mit versiegelnden Eigenschaften sind für die meisten von euch perfekt. Denn, egal ob man jetzt ans Topping glaubt oder nicht, das heißt ans Auffrischen einer bestehenden Versiegelung, ein Quick Detailer mit ausreichend versiegelnden, das heißt hydrophoben Eigenschaften, wird von der Hydrophobie her zumindest nichts massiv schlechter machen. Und wenn ihr euer Auto nicht mit einer Langzeitversiegelung versehen habt, ist so ein Quick Detailer, den ihr nach jeder Wäsche nochmal frisch auftragt, sowieso etwas Wunderbares. Warum? Weil es extrem schnell und einfach funktioniert. In diesem Video möchte ich euch jetzt wieder versprochen, einen möglichen Quick Detailer mit versiegelnden Eigenschaften vorstellen, den ich persönlich als sehr, sehr gut empfinde. Und das ist der One Wax Quick One. Wir schauen uns zuerst an, was der One Wax Quick One eigentlich ist. Und diesen Teil können wir sehr, sehr kurz halten, weil über das Wichtigste haben wir ja bereits gesprochen. Es ist ein Detailer, steht hier drauf, oder Quick Detailer, der für die Reinigung von leichten Verschmutzungen auf dem Lack geeignet ist, der laut One Wax eben auch dazu geeignet ist, um Versiegelungen zu pflegen oder aufzufrischen, weil er durch seine Inhaltsstoffe vor allem Lackglätte, eine Farbauffrischung erzeugen soll. One Wax selbst schreibt zwar nichts über die Hydrophobie, aber das werde ich euch zeigen, auch das bringt der One Wax Quick One mit. Diese 500ml Flasche kostet 13 Euro. Das heißt, ihr seid bei einem ungefähren Literpreis von 25 Euro. Das ist relativ teuer. Wenn ihr euch aber den 5-Liter-Kanister holt, den es auch gibt, dann zahlt ihr 50 Euro für 5 Liter. Das heißt, der Literpreis reduziert sich dann auf 10 Euro. Ich zeige euch an dieser Stelle auch kurz, was ich damit meine, wenn ich sage, leichte Verschmutzungen. Wir haben hier ein paar Wasserflecken, weil das Auto im Regen stand. Das heißt, die werde ich jetzt mit dem Produkt dann gleich entfernen. Wir haben auf der Windschutzscheibe ein paar leichte oberflächliche Insektenreste. Wir haben am Rest vom Auto so eine ganz leichte Staubschicht drauf. Und das ist das, was ich meine, wenn ich von leichten Verschmutzungen spreche. Und das ist halt generell ein wichtiger Punkt, weil manchmal erwarten wir von gewissen Produkten in der Autopflege einfach zu viel. Wenn unser Auto stark verschmutzt ist, dann sollten wir es ganz normal waschen. Oder wir sollten uns ein vernünftiges, ein gutes Produkt aus dem Bereich der Trockenwäsche, Rinceless Wash, Waterless Wash anschauen. Die sind eher dazu geeignet, ein stärker verschmutztes Auto zu waschen. Aus meiner persönlichen Sicht und meiner Meinung nach geht aber nichts über eine ordentliche Handwäsche. Das heißt, Vorwäsche und danach die Kontaktwäsche. Quick Detailer, leichte Verschmutzungen, Staub, Fingerabdrücke, vielleicht mal ein paar leichte Wasserflecken. Jetzt, dass ich euch den One Wax Quick One im Zuge dieser Videoreihe, wo es eben über Quick Detailer mit versiegelnden Eigenschaften geht, überhaupt zeige, habt ihr und habt auch One Wax unserem Community-Mitglied Daniel zu verdanken, weil ich hatte den One Wax ehrlich gesagt nicht auf meiner Liste, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass er stark oder gut versiegelnde Eigenschaften überhaupt mitbringt. Dann hatte ich aber mit dem Daniel kurz gesprochen, nachdem mein erstes Video rauskam, auf das wir uns vorher bezogen haben. Er hat gemeint, schau dir doch bitte den One Wax auch nochmal an. Und da habe ich gesagt, Daniel mache ich, weil der Daniel erzählt in der Regel keinen Blödsinn und wenn der Daniel was sagt, dann glaube ich ihm das auch, dann hat das in der Regel Hand und Fuß. Ich habe ihn also nochmal für mich getestet, habe mir nochmal eine neue Flasche auch bestellt, einfach um sicherzugehen, dass vielleicht nicht einfach mittlerweile an der Formulierung was geändert wurde, was ich ehrlich gesagt glaube, sage ich euch aber gleich noch was dazu. Und dann habe ich die neue Flasche ausprobiert und musste sagen, ja, Daniel hat recht, er hat tatsächlich gute, vernünftige, versiegelnde Eigenschaften. Und deswegen zeige ich ihn euch jetzt. Zur Verarbeitung verwende ich wie immer zwei Tücher, ein etwas hochflorigeres und ein kurzfloriges. Dann nehme ich jetzt das Soft 99. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es heißt, hier steht Supercloth drauf. Wenn es so heißt, dann ist es so. Aber ich finde das ein richtig, richtig gutes, kurzfloriges Mikrofasertuch. Nein, es ist nicht das günstigste, aber es ist gut. Und es muss ja nicht immer alles absolut auch günstig sein, was wir in der Autopflege verwenden. Es ist ein Hobby, es soll Spaß machen, es soll vor allem auch funktionieren. So, Quick Detailer, wie immer, da habt ihr die Wahl, Sprühkopf ist gefüllt, ob ihr direkt auf dem Lack sprüht. Und persönlich würde ich euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen stärkere Verschmutzungen auf dem Lack habt, dann würde ich auf dem Lack sprühen und auch ein bisschen mehr auf dem Lack sprühen, weil dann haben wir einfach ein bisschen einen besseren Gleitfilm, um hier eben auch leicht zu reinigen. So, da habe ich eine kleine Heuschrecke auf dem Lack und dann gehe ich hier zuerst eben mit dem kurzflorigen Tuch einmal drüber, dann wechsle ich das Tuch aufs langflorige und wische hier nochmal nach. Und das ist das, wie ich diese Quick Detailer generell immer verarbeite. Warum mache ich das? Naja, weil das langflorige Tuch so länger trocken bleibt und wir so einfach ein sehr, sehr, sehr viel geringeres Risiko für Schlieren haben. So, einmal noch eine frische Tuchseite. Aber ihr seht bereits jetzt etwas, das zeige ich euch aber nachher noch. Der One Wax Quick One ist nicht der Quick Detailer mit versiegelten Eigenschaften, der hundertprozentig idiotensicher ist. Man muss schon ein, zweimal mehr drüber wischen, bis man wirklich alle Überstände entfernt hat und erwischt hat. Aber, das liegt auch daran, dass ich halt jetzt relativ viel auf dem Lack gesprüht habe. Wenn man es vernünftiger macht, dann hat man diese Probleme nicht. Und mit vernünftiger meine ich das folgende, nicht direkt auf dem Lack sprühen, nicht zu viel verwenden, sondern ins Tuch sprühen und dann den Schmutz, den leichten Schmutz mit dem kurzflorigen Tuch und dem Quick Detailer entfernen. Entfernen, den Quick Detailer sozusagen auch verteilen und dann mit dem zweiten Tuch, dem langflorigen Tuch, nochmal hinterher. Und ja, jetzt geht es bereits deutlich besser. Aber, ich bleibe dabei und ich wiederhole es nochmal, weil der One Wax Quick One halt doch signifikante versiegelnde Eigenschaften hat und weil er doch auch vergleichsweise stark farbauffrischend ist, ist er nicht ganz so idiotensicher wie andere Quick Detailer. Aber das werde ich euch ja im Rahmen dieser Videoreihe noch zeigen und eins nehme ich bereits vorweg. Wenn ihr jetzt in dieser Videoreihe darauf wartet, dass ich euch ein Produkt zeige, was extrem stark farbauffrischend, extrem hydrophob und idiotensicher zu verarbeiten ist, dann werde ich euch das nicht zeigen können. Weil, auch diesen Satz kennt ihr mittlerweile und ihr wisst, was jetzt kommt, alle Autopflegeprodukte sind immer inhärent kompromissbehaftet und das perfekte Produkt gibt es schlichtweg nicht. So, aber jetzt habe ich alle Schlieren erwischt und jetzt möchte ich euch noch kurz eine sehr schöne Eigenschaft vom One Wax Quick One zeigen. Und zwar ist das das folgende, ich sprühe mir nochmal zweimal ins Tuch. Ich verteile mal schnell hier ein bisschen den Quick One auf dem Lack. Ich glaube, ja, man sieht sehr, sehr deutlich hier, dass wir jetzt Schlieren haben. Jetzt nehme ich mir eine neue, frische Tuchseite. Die komplett trocken ist. Und dann wische ich jetzt nochmal nach. So, und jetzt haben wir, ich muss mal schauen, ob ihr die seht. Ja, wir haben hier immer noch ein paar Schlieren, aber beobachtet mal selber. Da auch. Aber seht ihr, wie die von selber verschwinden? Und das bringen halt ein paar Quick Detailer schon mit. Das heißt, sie sind in dem Sinn fehlerverzeihend und geben uns die Möglichkeit, dass wir einfach ein bisschen schneller drüber gehen können. Und das funktioniert auch super. Das ist auch mein Tipp. Verteilt den Quick One in dem Sinn, wischt die Überstände nach, lasst aber dann den Rest von selber ablüften und dann erst geht ihr nochmal idealerweise mit dem langflorigen Tuch drüber und holt wirklich nochmal die letzten Rückstände weg. Aber wir sehen jetzt schon, dass der Quick One unter anderem auch eine sehr, sehr schöne und ausgeprägte Lackklette mit sich bringt. Wir schauen uns gleich zusammen auch noch das Thema Glas an. Jetzt ganz wichtiger Hinweis. Ihr seht, da habe ich ein paar Insektenreste drauf. Auf Glas kann man das mit einem Quick Detailer reinigen. Auf einem Lack würde ich es nicht machen, weil diese Insekten, Körper und Reste können euch halt schon, wenn ihr sie dann mit dem Tuch auf dem Lack herumreibt, Kratzer verursacht und auf Glas, haben wir dieses Risiko weniger. Und auch ein ganz wichtiger Hinweis. In der Regel sind Quick Detailer auch solche mit versiegelnden Eigenschaften okay, wenn ihr sie auf der Frontscheibe nutzt. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr doch dann, wenn ihr die Scheibenwischer verwendet, ab und zu mal Schlieren drauf habt. Insbesondere, wenn dieser versiegelnde Bestandteil relativ stark ist. Das heißt grundsätzlich, würde ich euch empfehlen, reinigt Glas lieber mit einem dedizierten Glasreiniger. Aber wenn ihr mal bei einem Treffen seid, wenn ihr unterwegs seid, es scheint die Sonne, ihr müsst jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass ihr die Scheibenwischer einschalten könnt, dann kann man das auch mal machen und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Ihr seht auch hier, ich habe hier Reste, Schlieren von der Wischwasseranlage. Dann schauen wir jetzt einfach mal, ob der Quick One hier alles auch wegbekommt. Ich gehe wieder mit dem kurzflorigen Tuch zuerst drüber. Nehme mal den Scheibenwischer schnell hoch. Dann sehe ich jetzt schon, dass das alles eigentlich sehr, sehr gut aussieht. Frische Tuchseite. Das ist ein bisschen hartnäckiger. Moment. Ja, wenn ich reibe, kriege ich es weg. Aber ich muss ein bisschen reiben, um wirklich diese hartnäckigen Insektenreste zu entfernen. Wie gesagt, auf Lack würde ich es nicht machen, auf Glas kann man das machen. So, und jetzt lassen wir das mal den Rest. Ihr seht, ein bisschen was an Schlieren ist jetzt noch da. Wir warten kurz, bis sich die anfangen von selbst zu entfernen. Wunderbar, schaut mal, schaut mal, wie schön man das sieht, dass diese Schlieren von selber ablüften. Kann man das beschleunigen? Ja. Ein bisschen kann man es sogar selbst beschleunigen. Sehr, sehr cool. Und dann, also sehr, sehr, sehr cool, wie man das hier zieht, wie das von selber ablüftet. Aber, das heißt ja nicht, dass diese Rückstände, das sind ja Rückstände, die sind ja da. Und ja, ein Teil lüftet ab, aber irgendwas wird hier zurückbleiben. Und deswegen sollte man eben schon nochmal sich kurz die Zeit nehmen, mit einem zusätzlichen Tuch da rüber zu gehen. Und dann hat man es aber auch wunderbar geschafft. Und ihr seht, da ist noch eine letzte Schliere, sehe ich gerade. Da, da gehe ich lieber nochmal kurz drüber. Ja, warte nochmal kurz. Ist auch alles live, ihr seht. Das schneiden wir nicht raus, sondern wir möchten ja diese Produkte zusammen erkunden. So. Jetzt sieht es besser aus. Sehr gut. Was man vielleicht noch zum One Wax Quick Wax, Quick One, schwieriger Name, was man vielleicht hier noch sagen könnte. Wasserflecken, oberflächliche Wasserflecken, aus meiner Sicht, gehen sehr, sehr gut weg. Aber das werde ich euch dann gleich noch drüben auf der anderen Seite zeigen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der pH-Wert des Quick One auch leicht sauer. Und das beobachtet man bei vielen Quick Detailern, dass die leicht sauer sind, weil Wasserflecken sind mineralische Ablagerungen. Und was braucht man da? Naja, Säure. Deswegen funktionieren die in der Regel relativ gut. Und zwar sowohl auf Glas als auch auf dem Lack. Das ist eine Eigenschaft, die ihr mitbringt. Und die andere Eigenschaft ist der Duft. Jetzt, ich leide immer noch leider an den Auswirkungen einer Corona-Infektion. Das heißt, einem leider Gottes Verlust oder einer Beeinträchtigung meines Geruchssinns. Ich kann es euch also nicht so zuverlässig und genau sagen wie früher. Aber was ich schon rieche mittlerweile ist, dass hier ein, ich würde sagen, fruchtig-süßlicher Duft mit drin ist. Also wir haben auch einen angenehmen Duft, wenn es um die Verarbeitung geht. So, hier jetzt wie besprochen und vorher gesagt, perfektes Beispiel, oberflächliche Wasserflecken. Ich sprühe mir den Quick One von One Wax. Gott ist dieser Name kompliziert. Nochmal ins Tuch, mische hier drüber und ihr seht, diese oberflächlichen Wasserflecken lassen sich sehr schön, sehr schnell und vor allem auch sehr einfach entfernen. Jetzt, wie gesagt, lassen wir den One Wax kurz drauf, damit er ablüften kann. Aber ihr seht, die Wasserflecken konnten gut entfernt werden. Jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei Wasserflecken ist es sehr entscheidend, ob wir von oberflächlichen Ablagerungen sprechen. Das ist das, was wir jetzt hier drauf haben, weil dann kann man sie mit einem Quick Detailer gut entfernen. Wenn die länger drauf sind und schon angefangen haben, sich in den Lack reinzuarbeiten, dann brauchen wir ein stärkeres, ein potenteres Produkt. Dann brauchen wir einen dedizierten Wasserfleckenentferner. Und wenn Sie sich mal wirklich in den Klarlack reingefressen haben, dann hilft alles nichts mehr. Dann müssen wir zuerst die oberflächlichen mineralischen Ablagerungen mit einem Wasserfleckenentferner entfernen vom Lack. Und danach müssen wir sogar nochmal polieren. So, jetzt wischen wir hier nochmal nach, nachdem er Zeit hatte, um abzulüften. Und dann seht ihr, funktioniert dieser Punkt ebenfalls sehr, sehr, sehr gut, dass wir mit dem One Wax auch diese leichten, oberflächlichen Wasserflecken wunderbar entfernen können. So, aber indem ich jetzt hier an der Seite vom Auto noch arbeite, noch zwei zusätzliche wichtige Punkte. Erste Frage, die kommt eigentlich immer, wenn wir über solche Produkte sprechen. Wie sieht es denn mit Folien aus? Kann ich das Produkt jetzt hier auch auf Folien verwenden? Ja, absolut kein Problem. Den One Wax Quick One könnt ihr wunderbar auf Folien verwenden und zwar aus meiner Sicht sowohl auf glänzenden als auch auf matten Folien. Ich habe hier oben eine Seidenmatte Folie, ich zeige euch dann gleich noch, wie der Effekt dort ist. Aber Folien funktioniert absolut problemlos und wunderbar. Und das Zweite ist das, was ich vorher kurz angerissen hatte, was aber schon aus meiner Sicht eine wichtige zusätzliche Eigenschaft ist. Denn wir wollen ja gegenüber diesen Produkten schon auch kritisch sein. Und zwar, weil der Quick One eben relativ oder sagen wir mal vergleichsweise stark farberfrischende Eigenschaften hat, merken wir auch, dass wir wirklich was auf dem Lack hinterlassen. Und das macht ihn eben nicht hundertprozentig idiotensicher in der Verarbeitung. Ihr habt vorher schon gesehen, man muss schon relativ sauber nachpolieren und auspolieren, damit man keine Schlieren hinterlässt. Und auch diese Eigenschaft, diese zusätzliche, die ich vorher genannt habe, dass man eben idealerweise sich nach dem ersten Wischen eine frische, eine trockene Tuchseite nimmt, nochmal nachwischt, die gröbsten Überstände damit schon mal abnimmt. Und damit der Quick One, der Quick One, Gott, ich schaffe es nicht, diesen Namen zu sagen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Damit der Quick One hier schon mal anfangen kann, eben von selber abzulüften. Und wirklich problemlos funktioniert er auch erst dann in der Abnahme, weil nicht auf allen Lacken und lustigerweise auch nicht an allen Karosserie-Teilen, aber auf manchen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es am Basismaterial, ob das jetzt Metall oder Alu oder Kunststoff ist. Vielleicht liegt es am Thema statische Aufladung. Vielleicht liegt es an Temperaturen. Ich weiß es nicht, ich konnte es nicht rausfinden. Manchmal stockt euch ein Tuch, leicht. Ja, jetzt hier auf der Tür. Doch, ja, ganz kurz. Der erste Moment, wenn ich hier jetzt nochmal drüber gehe, stockt mir das Tuch. Und dann lassen sich die Überreste aber wunderbar abnehmen. Und dann stellt sich auch die finale Lackglätte ein. Und ja, wie gesagt, ungeschönigt, die Wahrheit, das ist mir beim Quick One ab und zu aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist der Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass es hier eine Formulierungsänderung gab, ist die folgende. Beim Quick One, den ich hatte, der war schon ein bisschen älter, hatte ich immer festgestellt, dass wenn die Flasche länger ruhig dastand, dass wir hier eine Phasentrennung hatten. Dann war hier unten eine Flüssigkeit, die hatte eine andere Farbe und Konsistenz, als die Flüssigkeit, die hier oben drin war. Bei der Flasche hier, die ist relativ neu, habe ich das nicht mehr. Also ich glaube schon, dass hier etwas umgestellt wurde, was eben dazu führt, dass wir diese Phasentrennung nicht mehr haben. Und dass wir jetzt hier auch relativ schöne hydrophobe Eigenschaften haben. Aber das war mir noch wichtig, dass wir das zum Quick One sagen. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, eine seidenmatte Folie. Und einfach, um euch zu zeigen, dass das auch wunderbar funktioniert, Teilfolierung. Das ist die hochglanzschwarz glänzende A-Säule. Und der Rest ist eine Teilfolierung in matt-schwarz, seidenmatt-schwarz. Und ihr seht, wenn man dann mit der zweiten Tuchseite die Überreste abgewischt hat, passiert hier mit der seidenmatten Folie gar nichts. Die ist immer noch seidenmatt und vor allem, sie ist einfach ein klitzekleines bisschen satter und aufgefrischt. Und das ist typischerweise das, was mit matten Folien und matten Lacken passiert. Sie bleiben matt. So, jetzt haben wir ja viel und immer wieder über die hydrophoben Eigenschaften des One Wax Quick Ones gesagt. Und dann schauen wir uns die natürlich auch noch an. Ja, wie ich gesagt habe, nicht die besten. Das ist keine Sprühversiegelung. Aber schlecht ist das ganz ehrlich auch nicht, würde ich sagen. Und deswegen ist das eben ein absolut typisches Appellverhalten für diese Kategorie von Quick Detailern mit versiegelnden Eigenschaften. Und viel mehr gibt es zum One Wax Quick One, jetzt zum Schluss des Videos schaffe ich es endlich, auch gar nicht zu sagen. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Preislich nicht der günstigste in dieser kleinen Flasche. Die 13 Euro für 500 Milliliter, die sind schon, die sind gehoben vom Preis her. Der 5-Liter-Kanister, aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Aber ich würde sagen, nicht das günstigste Produkt. Verarbeitung habt ihr gesehen. Wenn alle Bedingungen stimmen, ist er okay. Aber weil wir relativ starke farbefrischende Eigenschaften haben, und das ist ein Vorteil des Produktes, ist die Verarbeitung nicht idiotensicher. Aber das gilt auch für andere Quick Detailer, die ähnliche Eigenschaften mitbringen. Ich denke vor allem auch an den Sonax Ceramic Quick Detailer. Dafür, wie gesagt, die farbefrischenden Eigenschaften, dafür sind, wie gesagt, die farbefrischenden Eigenschaften definitiv stark und gegeben. Und die Hydrophobie ist nicht überragend, aber sie ist gut, würde ich sagen. Ich habe mal versucht, für euch alle diese Quick Detailer, über die ich in dieser Videoreihe spreche, in eine Art Grafik oder Tabelle einzuordnen, damit ihr dann besser auch sehen könnt, wo sie sich im Groß dieser Quick Detailer einordnen, und damit ihr dann auch ein besseres Gefühl dafür kriegt, welches Produkt denn jetzt am Ende für euch geeignet sein könnte, und ob es denn vielleicht sogar der One Wax Quick One ist. Bevor ihr jetzt fragt, über die Standzeit von Quick Detailern zu sprechen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das sind einfach von Anfang an keine Produkte, die eine lange Standzeit mitbringen können, aufgrund ihrer Zusammensetzung. Und vor allem, das ist eigentlich das Wichtige, die Standzeit ist aus meiner Sicht bis zur nächsten Wäsche, weil dafür sind sie gedacht, Auto waschen, Quick Detailer auftragen, fahren, und nach der nächsten Wäsche tragen wir uns den einfach nochmal neu auf. Das heißt, Standzeitangabe bis zur nächsten Wäsche. Und auch zur Reinigungsleistung kann und will ich gar nicht so viel sagen, weil es ist für uns ohne ein Labor de facto unmöglich, die Reinigungsleistung von solchen Produkten wirklich objektiv miteinander zu vergleichen. Ich meine, ihr habt gesehen, die Wasserflecken kriegt er relativ gut weg, und das ist auch ein Bauchgefühl, was ich habe, wo ich sagen würde, mit Wasserflecken kommt der hier relativ gut klar. Aber ihr habt auch gesehen, der Staub, der auf dem Auto drauf war, den hat er entfernt. Ich meine, das ist halt eine selbst erfüllende Prophezeiung. Und wenn ich halt von Anfang an sage, dass ein Quick Detailer vor allem für leichte Verschmutzungen geeignet ist, dann werden realistischerweise alle Quick Detailer das schaffen, weil der Großteil der Reinigungsleistung erfolgt halt über die Mechanik, über das Mikrofasertuch, mit dem ich über den Lack drüber gehe. Das heißt, auch dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Letzter Punkt, Lackglätte. Und das ist ja ein Punkt, den OneWorks selber auch auslobt. Ja, ist gegeben, der Lack fühlt sich gut an, er fühlt sich samtig an. Ich habe aber ehrlich gesagt schon glattere Produkte gefühlt. Von dem her, da ortet er sich im gehobenen Mittelfeld an, so würde ich sagen. Und das war dann auch alles, was ich zum OneWorks Quick One sagen wollte. Wenn das Video für euch aufschlussreich, hilfreich, spannend und interessant war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Servus!